Ja, moin und herzlich willkommen bei Voltus. In dieser Folge der Smart Facts möchte ich dir gerne den KNX Tastsensor Flex von Merten vorstellen. Jeder, der schon ein bisschen länger in dem Bereich KNX und Gebäudeautomation unterwegs ist, kennt noch die altmodische Art der Tastsensoren. Das waren früher Mehrfachtaster mit kleinen Tastwippen, meistens ein, zwei oder vier Paare auf so einem Taster drauf. Und in der Mitte war dann eigentlich immer ein Schriftfeld, welches dann mit einer ausgedruckten Folie hinterlegt werden konnte. Merten bzw. Schneider Electric sind ein Stück weitergegangen und haben mit dem Tastsensor Flex nun die Möglichkeit geschaffen, sowohl eine Bedienung mit konventionellen Tasten oder mit haptischen Tasten zu bringen, als auch die Beschriftung auf ein neues Level zu heben, nämlich mit einem integrierten Display. Das Besondere am Tastsensor Flex, deswegen auch der Name Flex, ist, dass ich flexibel mir aussuchen kann, wie viele Tasten soll dieser Tastsensor haben. Ich musste früher bei der Bestellung schon sehr klar wissen, ob es ein Einfach-, Zweifach- oder ein Vierfachtaster sein soll. Und diese Tasten waren immer als Pärchen angelegt in der Regel. Und hier kommt der große Vorteil des Tastsensor Flex zum Vorsteigen. Ich kann mir beim Bestellen des Tasters überlegen, wie schon gesagt, welche Arten oder wie viele Tasten ich haben möchte. Hierzu liefert Merten einzelne Tastensets mit. Das heißt, in diesem kleinen Umschlag, wenn ich den öffne, habe ich dann beispielsweise vier einzelne Wippen, die ich dann entsprechend auf dem Taster anbringen kann. Und das machen wir jetzt mal gemeinsam. Ich habe also meinen Tastsensor. Ich überlege mir natürlich im Vornherein, was möchte ich überhaupt mit diesem Taster machen. Klar, das ist natürlich außen vor. Und das Schöne ist jetzt, ich habe jetzt hier meine Tasterwippen. Und die kann ich jetzt ganz einfach in das Gerät einfügen. So, dass ich dann beispielsweise die rechte Seite mit vier Tasten ausstatten kann, die ich dann entsprechend in der Applikation für meine Funktionen und für meine Bedürfnisse parametrieren kann. Ich habe hier mal ein Beispiel vorbereitet. Wie kann sowas aussehen in einer flexibleren Art und Weise? Denn die Frage stellt sich natürlich, ja, jetzt habe ich aber vielleicht gar keine vier Funktionen, die ich dahinter legen möchte, sondern vielleicht nur drei. In der Form habe ich jetzt mal den Taster so vorbereitet, dass wir auf der einen Seite eine große Wippe haben, auf der anderen Seite eine Zweierwippe, die dann quasi beim Betätigen dieser Wippe eine Funktion ausstattet oder eine Funktion steuert. Und hier unten drunter zwei Einzelwippen. So, das ist jetzt grundsätzlich schon mal eine schöne Geschichte, um dieses Bedienelement, also diese Bedienphilosophie des Tasters entsprechend dem Kundenwunsch anzupassen. Jetzt habe ich immer noch das Problem, dass ich nicht weiß, wo muss ich denn überhaupt draufdrücken, um welche Funktionen zu steuern. Und hierzu schließen wir jetzt den Tastsensor an den Bus an und dann zeige ich euch mal ein vorbereitetes Applikationsprogramm, wie sowas aussehen kann in Funktion. Innerhalb der Applikation kann ich den Tasten wie gehabt entsprechenden Funktionen hinterlegen. Aber ich kann auch sagen, welches Bedienkonzept ich dadurch nutzen möchte. Ich bin jetzt hier hingegangen und habe einfach mal was Standardmäßiges für mich angelegt. Ich habe die rechte Wippe jetzt als Dimm-Funktion hinterlegt, die Taste hier oben als schaltbare Steckdose oder für eine schaltbare Steckdose und die Tasten hier unten für eine Jalousie-Steuerung. Der Taster hat jetzt keine extrem komplexe Applikation, das schauen wir uns auch gleich nochmal in der ETS an. Aber für den Anwendungsfall, für den dieser Taster konstruiert worden ist, ist das eigentlich perfekt. Denn ich kann dem Kunden einfach eine Beschriftung mitgeben auf dem Tasterfeld. Ich habe eine Multikolor-Rückmeldesignalisierung über die Logos und ich habe dementsprechend die Möglichkeit, es sehr, sehr schön zu individualisieren, ohne bei einer Änderung irgendwas ausdrucken zu müssen, um es wieder hintendran zu legen. Der Tastsensor an sich, man sieht es hier oben, das kam im Schwimmermodus, man sieht es hier oben in der Mittelfeld, hat eine Temperaturerkennung mit drin, also einen Temperatursensor. Er hat keinen Regler, sondern nur einen Sensor und hier oben, diese kleine LED, ist das Orientierungslicht oder die Nachtlichtfunktion sozusagen, damit man den Taster dann auch im Dunkeln finden kann. Die Applikation, die schauen wir uns jetzt nochmal gemeinsam an, sodass ihr seht, wo die Stärken des Tasters auf der Softwareseite sind und dann gleich im Anschluss nochmal eine kleine Zusammenfassung zu diesem Taster. Ich habe mir jetzt die ETS-Applikation des KNX Tastsensor Flex hineingeladen. Auf der ersten Seite sehen wir einmal eine Skizze oder ein Beispielbild des jeweiligen Tasters. Hier unten obenauf haben wir die einzelnen Funktionen, acht an der Zahl. Ich habe für mich festgestellt, dass es mir leichter fällt, wenn ich zuerst den Gerätetyp auswähle. In der Form habe ich links drei Tasten, rechts eine Taste. Hier ist es ein bisschen schade, dass ich jetzt nicht die Tasten komplett flexibel oder komplett frei vergeben kann, sondern hier gibt mir Merten schon noch was vor, wie das auszusehen hat. Aber damit kommt man klar. Im nächsten Step wähle ich dann die Funktion aus. Ich habe bei der Funktion 1 die Umschaltfunktion für die Steckdose. Die Funktion 2 ist Jalousie. Die Funktion 3 ist ebenfalls Jalousie. Und die Funktion 4 soll Dimmen sein. Das ist entsprechend dann so hinterlegt, dass ich das einfach so darstellen kann. Und schon tauchen hier auf der linken Seite meine einzelnen Funktionen nochmal im Detail auf. Ich kann das Display, also die Mittelfeldanzeige wird es genannt, auch noch ein bisschen konfigurieren, dass ich beispielsweise sagen kann, ich möchte gerne die Temperatur anzeigen innerhalb des Displays, was eine ganz nette Funktion ist als Zusatzinformation. In den einzelnen Funktionen erwartet uns jetzt nichts Atemberaubendes oder irgendwelche Spezialfeatures, sondern es ist wirklich sehr schön runtergebrochen auf die Standards, die man wirklich braucht. Ich habe hier zwar die Möglichkeit, dass ich umschalten kann zwischen einer einfachen und erweiterten Einstellmöglichkeit. Das hilft für die eine oder andere Funktion auf jeden Fall aus. Ich kann die Symbole für jede Funktion hinten dran legen. Hier auch ein kleiner Wermut drauf. Ich kann leider keine eigenen Symbole hochladen, aber okay. Bei den Jalousien sieht es genauso aus. Nachdem ich beispielsweise meinen Kanal bezeichnet habe, dieser Text wird dann entsprechend auch auf dem Display angezeigt, optional, kann ich auch hier nochmal eine erweiterte Einstellung vornehmen. Das gleiche aber auch bei den Dimmen, Dimfunktionen. Also wir haben jetzt hier einen sehr, sehr gleichartigen Aufbau der Seiten. Das ist eigentlich ganz cool. Man findet sich auf jeden Fall sehr, sehr schnell zurecht. Eine Funktion, die ich in der Form nur bei ganz, ganz wenig Tastern bisher gesehen habe, ist die Logikfunktion. Ich habe hier mal die Logikfunktion 1 aktiviert und ich kann jetzt hier relativ leicht eine Unfunktion oder eine Oder oder eine X-Oder, einen Schwellwertvergleich oder ein Formatumwandler einbauen. Und hier gehe ich es hin und sage einfach mal, dass der Eingang A soll eingebunden werden und der Eingang B. Und jetzt sehe ich hier direkt die Kommunikationsobjekte und kann dementsprechend direkt meine Und-und-oder-Verknüpfung sehr schnell darstellen. Und das ist wirklich cool, denn ich denke, das ist so ein kleiner Lösungsbringer, ohne dass ich dazu noch irgendeinen komplexen Logikbaustein in die Verteilung einbauen möchte. Alles in allem gefällt mir der Taster von der Applikation wirklich gut. Es sind jetzt keine unerwarteten Themen drin. Es ist alles drin, was man braucht, das auf jeden Fall. Und man kommt auf jeden Fall sehr, sehr schnell zu einem Ergebnis mit diesem Taster. Ja, der Merten Tastsensor Flex tut seinem Namen wirklich alle Ehre. Ich habe die Möglichkeit, sehr flexibel meine Tasten anzupassen. Ich habe die Möglichkeit, aus einem 8-fach Tastsensor auch einen 2-fach Tastsensor zu machen und ohne, dass ich dazu ein neues Gerät brauche. Die Applikation an sich ist verhältnismäßig gut ausgestattet. Sie bietet eigentlich alle modernen Funktionen an, vom klassischen Schalten und Dimmen bis hin zu einer RGB-Steuerung, da sie sich entsprechend das ansteuern kann. Und auch das integrierte Logikmodul, was in der Preisklasse wirklich sehr selten ist. Und das gefällt mir wirklich gut, sodass man da auch die ein oder andere Logikfunktion in seiner Anlage mit einbauen kann. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Produkt von Merten oder von Schneider Electric und natürlich auch zu allen anderen Produkten im KNX-Bereich, hier gehabt, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns oder ruft uns einfach an.